Es ist sicher nicht risikofrei. Es ist sicher nicht das Ungefährlichste, aber es gibt ein bisschen Adrenalin, oder ist auch cool. Ich bin Neueroth, ich bin 18 und ich mache Skiakrobatik. Mein grösster Erfolg bisher ist die Bronzemedaille an der WM 2019. Ich habe einen Full-Double-Full gemacht. Das ist ein Dreifachsalto mit vier Schrauben. Der Sprung dort ist mir sehr gut gelungen. Seit diesem Jahr habe ich den das erste Mal gemacht. Ich habe schon gedacht, dass es relativ weit führen wird, aber mit dem Podest habe ich nicht gerechnet. Von dem her war es nachher schon schöner. Im Moment bin ich jetzt hier in Mackelingen im Condi-Lager für eine Woche. Und ich teile mein Zimmer mit zwei Teamkameraden, die auch Skiakrobatik machen. Wenn wir nicht gerade am trainieren sind, dann bin ich da meistens im Hotel am Handy oder am Schlafen. Wir sind so ein Online-Soccer-Manager. Dann haben wir eine Liga erstellt, damit alle Kollegen spielen. Jetzt haben wir vor drei Jahren mal gespielt. Jetzt haben wir gedacht, das spielen wir mal wieder. Nächste Woche gehen wir nach Finnland. Dann haben wir dort zwei Europa-Cup. Dann gehen wir Ende Dezember nach China. Dann haben wir dort noch eine Weltcup, die erste Saison. Das ist eigentlich der erste grosse Höhepunkt der Saison. Bevor ich die Skiakrobatik angefangen habe, habe ich auch Kunststurnen. Das ist natürlich eine super Grundlage für Ferials. Die meisten machen schon Kunststurnen oder Trampolin. Es ist sicher gut, wenn man so etwas vorne dran macht. Das bringt viel. Es ist natürlich gut, mal wieder alles auszuprobieren, was wir früher gemacht haben. Es macht Spass. Als ich mit der Kunststurnen aufgehört habe, bin ich viel Akrobatik. Ich kann mal ausprobieren. Meine Eltern haben beide das gemacht. Mein Vater ist auch Trainer. Das hat sich dann irgendwie ergeben. Dann hat es mir gefallen. Dann habe ich mich immer aufgehört. Schon als Baby war er immer im Jumping-Oben mit meinem Vater. Er ist auf dem Trampolin herumgegumpelt. Das hat ihn natürlich auch geprägt. Das hat er immer gerne gemacht. Du musst sagen, er braucht schon Ehrgeizig. Früher war ich nie der, der der Ehrgeizigste war. Er wurde immer mehr. Er ist sicher nicht der Trainingsweltmeister. Er ist nicht der, der mit vielen Sprünge macht, sondern er versucht, möglichst gut zu steigen. Er ist der Wettkämpfer. Das war schon immer. Er hat beim Kunststurnen schon angefangen. Er hat nie so gute Turnen wie im Wettkampf. Nie. Er hat Sachen gemacht, die ich im Wettkampf nicht konnte. Er hat sich von der Ziel her. Aber dass er jetzt der Ehrgeizigste ist und jede Minute noch irgendetwas trainiert, was die anderen nicht macht, das ist er sicher nicht. Im Moment, wenn ich Zeit habe, bin ich mit meinen Eltern ein bisschen am Lernen Autofahren für die Autoprüfung. Freitag haben wir doch auch zwei in der Woche. Da bin ich am Abend noch etwas fahren. Nach dem Training. Ja, er macht sich recht gut, muss ich sagen. Ich habe eigentlich keine Bedenken, dass das jetzt der Nächste klappen sollte. Ich habe eine Lehre gemacht, ein Jahr lang. Und dann habe ich es aber abgebrochen, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Das KV, das ich gemacht habe, ist eigentlich das Einzige, der mit dem Sport zusammengehen würde. Ja, und das will ich auch nicht machen. Ja, darum setze ich jetzt im Moment voll auf den Sport. Ich habe vor zwei Jahren in Hawaii mit Surfen angefangen. Und ja, dann hat es mich gepackt und jetzt probiere ich, wenn ich Zeit habe, da ein bisschen vorbeikommen und ein bisschen surfen. Ja, es ist einfach ein mega cooles Gefühl. Wenn du auf dem Board stehst und Turns machen kannst und so. Es macht einfach mega viel Spass. Es ist sicher auch eine gute Anwechslung. Neben dem Sport mal ein bisschen anders etwas machen. Wenn ich den Preis gewinnen könnte, wäre es natürlich super cool. Wir würden mega viel bedeuten. Und es wäre auch sicher cool für unsere Sportart. Ja, ich hoffe, ihr wolltet für mich. Es wäre mega dankbar. Bis zum nächsten Mal. Grüß